DW Deutsch lernen mit Nachrichten Mittwoch, 18. September 2019, 9 Uhr in Deutschland. Kopf-an-Kopf-Rennen bei Parlamentswahl in Israel. Bei der Parlamentswahl in Israel deutet sich ein knapper Ausgang an. Der Likud von Premier Benjamin Netanyahu kommt laut Prognosen auf 30 bis 33 Mandate. Das Mitte-Bündnis Blau-Weiß seines Herausforderers Benny Gantz kann mit 32 bis 34 Mandaten rechnen. Drittstärkste Kraft wurde demnach die Vereinigte Arabische Liste mit 11 bis 15 Sitzen. Präsident Ruvie Rivlin muss entscheiden, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt. Üblicherweise ist dies der Vorsitzende der Fraktion mit den meisten Stimmen. Mit einer neuen Regierung wird frühestens Ende Oktober gerechnet. Ocean Viking rettet 109 Menschen aus Seenot. Das Rettungsschiff Ocean Viking hat bei einem neuen Einsatz im Mittelmeer 109 Menschen aus Seenot gerettet. Zunächst seien 48 Personen knapp 100 Kilometer nördlich der libyschen Küste aus einem Holzboot an Bord genommen worden, teilten die Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen mit. Später seien 61 weitere Menschen aus einem Schlauchboot gerettet worden. Welchen Hafen die Ocean Viking ansteuern kann, blieb offen. Das Schiff hatte am Wochenende 82 im Mittelmeer gerettete Menschen nach Lampedusa bringen dürfen. BAMF meldet mehr Asylsuchende aus der Türkei. Seit dem Putschversuch in der Türkei 2016 nimmt die Zahl der türkischen Asylbewerber in Deutschland kontinuierlich zu. Nach Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge BAMF, die der Rheinischen Post vorliegen, stieg demnach auch die Anerkennungsquote. Von Januar bis August dieses Jahres stellten rund 7600 Türken einen Asylantrag in Deutschland. Die Anerkennungsquote lag laut dem Zeitungsbericht bei 44,8%. Im Vorjahr hatte das BAMF von insgesamt 10.655 Anträgen 41,4% positiv beschieden. 2017 waren es 2000 Anträge weniger bei einer Anerkennungsquote von 28,1%. Spanischer König macht Weg für Neuwahlen frei. In Spanien ist die Regierungsbildung nach monatelangen Verhandlungen gescheitert. Der spanische König Felipe sagte nach Gesprächen mit den Chefs der Parlamentsparteien, er könne keinen Politiker mit der Regierungsbildung beauftragen, da niemand über genügend Rückhalt im Parlament verfüge. Der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei kündigte Neuwahlen für den 10. November an. Es wäre die vierte Wahl in vier Jahren. Aus der Abstimmung im April waren die Sozialisten als klarer Sieger hervorgegangen, verpassten eine absolute Mehrheit jedoch deutlich. Pompeju berät mit Saudis über Konsequenzen. Nach den Attacken auf saudische Ölanlagen wird US-Außenminister Mike Pompeju an diesem Mittwoch in dem Königreich erwartet. Wie das US-Außenministerium mitteilte, will Pompeju in der Hafenstadt Jidda den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman treffen. Im Anschluss soll er nach Abu Dhabi weiterreisen. Zu den Attacken auf die beiden Ölanlagen des saudischen Staatskonzerns Aramco am Samstag hatten sich die jemenitischen Houthi-Rebellen bekannt. US-Vizepräsident Mike Pence sagte hingegen, es sehe danach aus, als sei der Iran der Urheber gewesen. US-Regierung verklagt Edward Snowden. Die US-Regierung hat den amerikanischen Whistleblower Edward Snowden wegen der Veröffentlichung seiner Memoiren verklagt. Das US-Justizministerium erklärte, Snowden habe mit dem Buch gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen verstoßen, die er während seiner früheren Tätigkeiten für die Geheimdienste CIA und NSA unterschrieben habe. Wie es weiter hieß, soll mit der Klage nicht der Verkauf des Buches gestoppt werden. Die Regierung will stattdessen auf die Einnahmen zugreifen, die Snowden damit erzielt. Die Memoiren waren am Dienstag in den USA und unter anderem auch in Deutschland erschienen. Dortmund holt Remy gegen Barca, Auswärtssieg für Leipzig. Zum Auftakt der Gruppenphase der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund zu Hause gegen den FC Barcelona 0 zu 0 gespielt. Barca-Torwart Marc-André Ter Stegen parierte einen Foul-Elfmeter von Marco Reus. Julian Brandt traf nur die Latte des Barca-Gehäuses. Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig holte hingegen mit einem 2 zu 1 bei Benfica Lissabon drei Punkte. Timo Werner machte per Doppelpack alles klar und bescherte RB-Trainer Julian Nagelsmann den ersten Sieg im siebten Champions-League-Spiel seiner Karriere. Soweit die Meldungen von Mittwoch, dem 18.09.2019. dw.com slash langsame Nachrichten undstal mit einem 3 zu 1 bei Benfica Lissabon 달 121.